35. Spieltag in der Regionalliga West, die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach empfängt den SV Strahlen. Die beiden Vereine trennen zwar vier Plätze, aber nur zwei Punkte in der Tabelle. Ein Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf, also im Grenzlandstadion. Die Strahlener haben mehr vom Beginn der Partie. Erste Gelegenheit nach zehn Minuten, Kopfball von Schoschi. Aber noch nicht wirklich gefährlich für Jan Olschowski im Kasten der Gastgeber. Nach einer Viertelstunde ein langer Ball von Keeper Kratz. Und den können die Gäste in der Verteidigung nicht kontrollieren. Und Schoschi hat Platz und trifft. 15. Minute, der Ersatz für 15-Tore-Mann-Kader mit dem Führungstreffer. An einem guten Tag kann Olschowski den auch halten. Und Strahlen macht einfach weiter. Die Flanke verpasst Schoschi knapp. Der Nachschuss geht dann übers Tor. Allerdings noch abgefälscht. Die darauf folgende Ecke. Kommt in die Mitte. Und geht nur knapp übers Tor. Ole Päfken zielt da nur leicht zu hoch. Und direkt weiter mit Strahlen. Lunga läuft einen langen Ball. Spitzelt ihn Richtung Tor. Aber Kemper kann den vor der Torlinie noch wegkratzen. In den ersten 20 Minuten kann Gladbach wirklich froh sein, dass es hier nur 0 zu 1 steht. Nach einer halben Stunde wagen sich dann die Gastgeber erstmals selbst nach vorn. Der Ball kommt zu Tel Lalović. Der schließt ab und trifft. Unfassbare Effizienz. Der Gastgeber. Erste Chance. Erstes Tor. Nach 29 Minuten steht es 1 zu 1. So geht es auch in die Kabine. Halbzeit 2 beginnt wie Halbzeit 1 mit Strahlen als bessere Mannschaft. Schoschi mit der ersten Möglichkeit. Verzieht er aber doch ein gutes Stück. Aber Strahlen gehört auch die nächste Szene. Lunga auf dem Flügel mit schönem Dribbling und der Hereingabe. Die kann aber noch geblockt werden von Tom Gahl. Sonst hätte es brandgefährlich werden können. Zwei Strahlener standen da. Einen Schuss breit hinter ihm. Nach einer knappen Stunde auch erstmals Gladbach in Halbzeit 2 vor dem gegnerischen Kasten. Mittels einer Ecke Lofo Lomo an die Latte. Da hätte Kratz wohl nichts mehr machen können. Glück für Strahlen. 10 Minuten später. Schröers. Der tanzt bei Rasa aus und steht vor Kratz und bleibt cool. 70. Minute. 2 zu 1 für Gladbach. Die Effizienz wird belohnt. In der Folge gewinnen die Gladbacher Oberwasser. 3 Minuten später die nächste Chance. Und Stellalowitsch steht da völlig frei. Hat viel Zeit und verzieht. Da hatte er wohl zu viel Zeit, um nachzudenken, wie er den Ball unterbringt. Und setzt ihn dann schließlich daneben. Strahlen in der Live-Tabelle. 5 Punkte hinter Gladbach. Weiß, dass sie hier noch etwas tun müssen. Und so nach 75 Minuten die Flanke. Und da prüft Kemper seinen eigenen Keeper Olschowski. Der aber glänzend parieren kann. Und Strahlen wird mutiger in der Schlussphase. Nach 79 Minuten die nächste Flanke. Der Abschluss dann allerdings zu harmlos und keine Prüfung für Jan Olschowski. Die Gastgeber bekommen dann natürlich Platz, weil Strahlen aufmachen muss. Und so zu einer Chance. Und Barasa erklärt auf der Linie für seinen bereits geschlagenen Keeper. So kann Strahlen noch in der Partie bleiben. Und kommt noch zu einer letzten Gelegenheit. 87. Spielminute. Gute Flanke vom eingewechselten Stevens auf den ebenfalls eingewechselten Pfeiffer. Aber das ist zu wenig, zu wenig Druck hinter dem Kopfball. Olschowski ohne Probleme. Im Anschluss Strahlen bemüht. Aber ihm gelingt nichts mehr. Und so ist die Partie dann vorbei. Gladbach gewinnt mit 2 zu 1 gegen Strahlen. Verschafft sich Luft im Abstiegskampf. Während Strahlen weiter zittern muss. »Sie ist die Vassin-Lösung.« »Sie ist die Vassin-Lösung.« »Sie ist die Vassin-Lösung.« Vielen Dank.